Alexa, hast du mich? Ja, ich kann dich immer noch hören. Was? 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 Ich war nur schlicht, glaube ich. Ach, so. Pass auf. Warte, warte. Ja, warte. Lass Alexa mal ankündigen. Warte. Na gut, dann mach mal. Alexa, sprich mir nach. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ich etwas nachsprechen soll, sagst du Alexa, sprich mir nach und gleich anschließend das, was ich wiederholen soll. Alexa, sprich mir nach. Hallo und herzlich willkommen bei... Wenn ich etwas nachsprechen soll... Alexa, halt die Fresse. Alexa, sprich mir nach. Alexa, halt die Fresse. Mein Gott, hallo, willkommen bei Overwatch. Alexa, sprich mir nach. Wenn du was nachsprechen sollst, musst du sagen, ja, Alexa, sprich mir nach. Ja, hörst du doch gerade. Alexa hat keinen Bock. Halt die Klappe, Alexa. Wolltest du den Song keinen Bock hören? Nein! Bitte nicht. Wolltest du den Song keinen Bock? Ist da ein Song? Hat die heute irgendwie was in den Ohren? Doch, ich hab keinen Bock. Ich will das jetzt nicht abspielen. Ich hab keinen Bock auf Content-ID. Gibt's nicht. Oh, meine Barriere ist da. Aha, die Oma ist umgeknickt. Die Sim auch. Oh. Haben die eine Färber? Ja. Nein, die war. Okay. Fliegt auch. Da kommen sie noch mal. Die kommen auch nicht mehr. Nur die Divas gekommen, die Rest nicht. Oh, da ist Sombra gestorben. Ach, Sombra, ey. Sombra. Ach, du Heiliger. Sombra. Sombra. Die Fracht ist in Bewegung. Steht mir bei. Ich hab Plück eliminiert. Den guten Plück. Ich bin der Meinung, die war zu dünn. Die kann man nicht treffen. Ich bin der Meinung, dass hier... Oh. Ich weiß gar nicht, was war... Welche Kombo war ein bisschen broken? Brigitte ist allgemein ziemlich broken, oder? Ja, fast hätte ich die Diva 1-1-1, ey. Wo hat sie die denn hingestellt? Das ist ja total random, wo die Barriere steht. Vor die Payload. Na, geht so. Na, da war der Fight aber noch davor. Hat die Diva auch mal ein Mech? Immer sehe ich die ohne Mech. Die macht das jetzt ohne Mech. Die spawnt ohne Mech. Denn so, man sieht mich nicht. Verdammt. Die haben den Hook von Widow verlängert, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Voll ätzend. Mhm. Ey, ist eine, du spielst sie halt, ne? So, zwei Pickoffs, würde ich sagen. Ja, ich war das. Let's go. Oh, schade. Scheiße, Soldier. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Also, mehr konnte ich nicht machen. Ich hab drei Pickoffs gehabt. Also, jetzt hab ich Reinhardt gekillt. Mehr konnte ich nicht machen. Sollte halt seine Ult, hundertprozentig. Oh, Hanzo? Ich bewege die Harte. Oh, mein Gott. Natürlich haben die Winston. Ah, der Winston ist neu. Ja, der ist neu. Die wollen, die haben den gepickt für Widow wahrscheinlich. Halt, Lucius oben. Junkwett ist gestolpert. Die haben keine Sim mehr. Egal. Das für dich. Ich fahre mit der Palo. Die Sim ist jetzt... Junkwett. Ja, ja. Die hast du aber auch schon gekillt. Oh, die Diva kommt immer. Wenn ich einen kille, kommt die Diva und guckt, wer das war. So, oh, wer war denn das? Diva kommt von hinten. Ja, ich seh das. Die passt auf, dass ich da nicht langkomme. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Komm doch um die Ecke. Oh, natürlich kommt der nicht um die Ecke. Nein! So, jetzt sind zwei Daumen von denen eigentlich. Die war mech. Oh, sie hat mich gesleept? Das hat sie so verdient, den Drachen. Oh, Mercy Daumen. Das habe ich gebraucht. Was? Was? Oh, fuck. Der kommt von oben. Ziemlich safe sogar. Guten Tag. Panic Ult von Lucio. Was ganz gut ist für uns eigentlich. Winston an meinem Arsch. Dreh dich um, dreh dich um, bitte. Okay, brauchst du dich. Ich bin down. Diva out of mech. Ist eigentlich nur noch Diva da. Ja. Oh, Winston hat mich gesehen, oder? Ja, hat sie. Oh, fuck. Oh, Diva, hau einfach ab. Lass ihn einfach schieben, ey. Winston hat seine Ulti, jede Wette. Winston! Hau ab! Geh weg von meinem Arsch. Ich weiß, der Arsch von Willow ist cool, aber nein. Ich habe ein Video gesehen von dem Play of the Game, wo man nur den Tracer Pro gesehen hat. Ich wurde festgestockt, ich kam nicht mehr weg. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, wo man nur den Tracer hintern gesehen hat. Ja. Und war schön. Überraschend. Den Tracer hinter dem Atlantic Skin oder den anderen Skin? Weil der Tracer hinter dem Atlantic Skin ist irgendwie komisch. Mit dem Standard Skin. Sehr gut. Der einzig wahre, sagst du? Die war es oben, das zu früh, Yoriza. Sorry. Das ist genau richtig. Oh, Winston, geh mir nie auf die Eier. Oh, 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 danke. Also, auf wie meine Barriere kaputt gegangen ist. Ich würde sagen, ich habe jetzt zwei gehindelt. Mach mal was. Ana down. Ich habe die Tanks hinter mir. Who's still down? Also, die beiden Healer sind down, ne? Just saying. Aber wen ihr interessiert's? Ich habe mir das nicht allein gelassen, das tut mir leid. Wayne interessiert. Die Ulti gemacht. Ulti gemacht. Ich will hier weg. Oh, ich... Er hat mich in die Wand gedrückt. Was ist denn so ein Tank-Killer? Reaper. Fashion. Na dann. Lass uns mal teamuppen. Ja, genau. Stell dich mit deinem Mini-Schild vor mich. Und jetzt muss ich weg, weil das Schild ist weg. Jetzt steht ein neues Schild da. Lass mal langsam vordurch. Ach, Yoriza, warum machst du das immer so früh? Ich weiß es doch nicht. Schilde! Ist Yoriza tot? Ich habe dich gehalten. Warum? Was macht die denn? Ach, jetzt stellst du dein Schild hin. Wo war dein Schild, als ich da vorne stand? Oh mein Gott. Die sind... Unsere Yoriza ist irgendwie derpy drauf. Ich weiß nicht. Er stellt halt seine Ulti ganz weit hinten auf. Ja. Ganz weit hinten. Und damit du bloß nichts machen kannst. Und jetzt pusht vor, sagt er. Macht der Wallshit an, oder was? Ne, so ungefähr, sagt er das, glaube ich. Sehr geil. Halt drauf, ich opfer mich. Schiebt! Sehr gut. Bitte sterbt nicht an der Ulti. Ich bin gestorben, aber... Hat es gelohnt, sich zu opfern, Leute? Verkackt es bitte nicht. Ja! Ja! Ich habe es gerissen mit dem letzten Move gerade. Mit der Ulti. Mit der Ulti. Und dass ich stehen geblieben bin bei der Diva-Ult und einfach alle weggemacht hat, die mir noch rumgelaufen sind. Und trotzdem mitspielt auf. Ich war ertapfer. Oh, lol. Es hat sich dann am Ende doch noch gelohnt. Da hattest du die Pick-offs und es hat keinen interessiert. Ja. Das war mein bester, bester Moment, glaube ich. Ich bleib stehen! Geh ohne mich weiter! Da kenne ich bessere. Ich hatte oft bessere. Äh, die Arna im Gegnerteam war nit. Und... Ja, die hat mich als Widow gesleept, ey. Ganz knapp an der Ecke vorbei. Das war krass. Die Diva kriegt auch was, komm. Der Winston kriegt auch was, der hat mich genervt. Ich finde es doof, dass die XP am Anfang des neuen Levels nicht mehr so kurz sind wie früher. Früher war das noch cool. Jetzt sind wir Verteidigung. Na dann. Aber es sind ganz andere Leute. Wir sind alle bei uns gelieft. Das ist immer so kacke, ne? Wenn du irgendwie eine Runde spielst und dann die Rückrunde spielst mit komplett anderen Leuten. Und weißt du ja gar nicht... Das ist so... Ja, jetzt kannst du voll auf den Sack bekommen. Obwohl es vorher ausgeglichen war oder so. Und war es ja. Es war ja mega knapp gerade. Ach komm. Das ist halt das... Oder das war halt das Coole bei den... Bei den... Bei den Community-Runden. Die bleiben halt dieselben, ne? Aber die Gegner können ja auch trotzdem anders werden. Das stimmt. Habe ich irgendwas, was du mit... Oh, nein! Aha. Düm, 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 düm. Weicht nicht vom Plan ab. Ach, sie wird wirklich gut sein. Irgendwie blockt mich hier. Was? Irgendwas blockt mich hier. 2, 1, angreifend näher sich. Hm. Verstehe ich nicht. Bist zu klein. Das kann sein. Warum stehe ich eigentlich hier, wenn keiner hinter meinem Schild stehen will? Ich stehe hinter deinem Schild. Äh, rechts unten ist Salmon. Oh lol, ich so. Wie damals als Kinder, sagt Tanso zu Genji, wenn er ihn tötet. Weißt du, hat er ihn als Kind auch schon gekillt, oder was? Er hat ihn noch einmal getötet. Ja, aber als Kind? Nee, aber wahrscheinlich als Kind hat er, war auch besser als, als sein Bruder. Ich würde nur gerne wissen, ob, ob Hanso zu Overwatch geht oder zu Talon. Was würdest du sagen? Ist er mehr so der Overwatch-Typ oder mehr der Talon-Typ? Ich glaube, Hanso ist mehr so der Talon-Typ. Aber in dem Cinematic, wo Genji ihn besucht, sagt er ja, It's time to pick a side. Ja. So, welche Seite könnte Hanso gewählt haben? F***ing Widow. Der Teleporter, der Teleporter von Symmetra, müsste ein bisschen... Der Peter Porter. Der müsste mal ein bisschen weitergehen. So wie früher. Ich vermisse den alten Teleporter. Dann komme ich raus, Headshot von Widow. Was, 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 was? Wo rüber ich laufe? Wo willst du hin, Amster? Was gibt's heute bei dir eigentlich zu essen? Broga. Selbstgemacht, Fim? Äh, ja, so... Nee, eigentlich nicht. Also, ja. Gekauftes Fleisch, ja, also. Ne? Fertige Patties schon. Also, ich hab noch nie selber geschlachtet, ich weiß nicht. Nee, selber geschlachtet hab ich auch noch nicht. Also, du hast die Patties sogar... Patties gekauft. Also, man musste schnell gehen. Naja. Geiler sind die Brötchen. Die Brötchen dann auch gekauft? Ja. Broga-Brötchen. Und das, finde ich, ist tatsächlich... Ist tatsächlich so eins der... Der größten Mankos. Die Brötchen. Die gekauften Brötchen finde ich nicht so geil. Die sind immer so süffig und so klein. Geht. Die Selbstgemachten sind um Längen besser. Ja, alles, was selbstgemacht ist, ist immer besser. Das ist ja klar. Aber jetzt hab ich das ja schon seit... längerer Zeit schon nicht mehr so ungesund. Bin ja dabei. Mein Gott, die kriegen's aber auch nicht gebacken, mich zu killen gerade. Jetzt haben sie's geschafft. Wow. Gut, geht's halt, ey. Jetzt der Ash speckt ja gerade ab. Und wenn der Goro bei dann wieder fünf Kilo runter hat, sagt er wieder... Oh, jetzt komm ich mal ja, wird gönnen. Ich hab jetzt aber schon sieben runter. Sagst du das bei zehn? Ich sag das jetzt schon. Kein Bock. Nee, das muss jetzt langsam mal... Muss aber langsam passieren jetzt. Das ist toll. Nützt ja nix. Nützt ja nix. Mercy, Alter. Wollt die wieder wieder überleben. Und ist runtergefallen. Und dann ist der Rest abgebrochen. Wahrscheinlich ist er auch auf Cooldown jetzt. Rest mich, Mercy. Oh, nee, sie hat keine Eier. Sie rest mich nicht. Hätte sie aber auch nicht überlebt. Habe wieder eine Ruhe? Ich hasse es, wenn das passiert. Mach dann nach hinten raus, seine Ulti, ne? Jetzt ist er aber fast down. Die er noch unsere Mercy kriegt, ey. Weil die unsere Mercy doof war. Uriza ist fast down. Let's Prossi, bro. Oh, das war ne nice Ulti von Hanse. Ich dachte, Widow hätte... ...hätte Uriza gekillt und nicht du. Warum gehen jetzt alle drauf? Nice try. Da wollte die Mora zum Medi-Pack sneaken. Aua, aua. Wieso geht die Mercy immer zu mir? Geh doch weg! Jetzt hat die Mercy mich... Weißt du? Wieso fliegt die denn zu mir? Dann wird die doch geholt. Weil ich mittendrin war, ey. Deswegen ja. Die wollte auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Ja, die wollte, dass ich den Winston kille. Hab ich ja auch gemacht mit zwei Klicks, nachdem sie mich gedamaged boostet hatte. Weil die kann dann nur wieder wegfliegen. Die Kugeln fliegen nicht mehr durch Schilde durch, kennen wir das? Welche Kugeln? Die von Sim. Nee, das haben die nicht mehr gemacht, nein. Nee, aber das haben die früher gemacht. Ah, gut, dass ich die Ult nicht gedrückt hab. Oh, das war knapp. Unsere Mercy passt auch nicht auf, ey. Ulti raus, zum Glück. Unsere Mercy wird jedes Mal von Widow geholt. Die leuchtet aber auch wie eine Weihnachtskugel. Ich auch. Achso, du meinst die Mercy. Wieso solltest du denn leuchten? Ich brenne. Er hat sich nicht mehr. Ja, da hab ich gerade hier Tab gedrückt. Der Winston von denen ist jetzt Roadhog geworden. Sie sind gestorben. Nice. Press mich, Mercy, komm. Ja, und die Anna checkt's nicht. Wie geil ist das denn? Und der Sleep ist raus, ich hab's genau gesehen. Let's go. Oh shit, das tut weh. Niemand hat die Anna gekillt. Niemand killt die Widow. Ja, und Anna wird auch nicht gekillt. Die steht mittendrin. Alle stehen neben mir und sie sleept alle einfach. Ich fand das mit der Anna fast viel schlimmer. Nee, ich konnte, die war weg. Ich hab sie nicht gesehen. Und die Orisa war wichtiger für mich, weil sie ein Damage Boost raus hatte. Oh lol, da ist die Anna tot. Der Moment, an dem die Mercy hier resten kann, weil sie keiner killt. Oh, nice escape, Moira. Oh, ich hatte sie am Haken. Da ist eine Mercy am Arsch. Mach dir die Mercy. Wie kann es sein, dass ein Heiler hinter den Herr läuft und nicht gestraft wird? Ich seh den nicht. Da ist er. Oh, ich hab ihn noch zur Payload gezogen. Du hast ihn noch zur Payload gehuckt, Alter. Ich wollte ihm noch einen Gefallen tun. Das wäre dann ein 9C gewesen. Heimat des Spiels. Wat? Was hat der denn mit gespiechelt? Mit dem Ligen wahrscheinlich irgendwas getroffen. Ach nee, da bin ich gleich gestorben. Er macht gleich seinen Wrecking Ball und haut mich runter. Wow, das war's? Das war gutes Hammond-Gameplay. Ich spür, es lohnt sich. Ja, weiß ich nicht. Der Hansa war auch gut. Die wurde aber blöd. Die wurde aber gut, die gegnerische. Ja, die gegnerische, aber nicht unsere. Von uns war irgendwie... Die Mercy war nett. Die hat immer geheilt. Nette Mercy. Nette Mercy, na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020